hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ründchen lol die störgeräusche mit an bord heute mal ausnahmsweise wir haben mit dabei die jenny als neali den jannik als tristana und jetzt muss ich kurz ja kurz einkaufen kaufen 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 ja weiter geht's den gold als heimat dinge hallo gold hallo ich spiel heute mal 6 weil der es gerade so frei zu spielen und so weiter so fort und ja mal schauen hatten glaube ich zwei drei mal gespielt aber schau mal wie es läuft der denbo spielt heute mal als ludo wie er super total als support der demo heute mal keine ich spiel pass auf ich spiel nicht support ich kauf nur wards damit ich das klar stelle bevor hier wieder so mimosen kommt dein volum ist so kackt du setzt ja auch nicht du kaufst zelt einfach nur richtig ok super ja das gegner team hatten trash als supporter ich habe eine riven auf top lane für mich als mein gegner grace als edc und riven auf der top lane mit flash und exos also ihr müsst euch nicht wundern ich nenne den gold lukki 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 ja weil er so viel guckt oder weil er so viel glück hat so vielleicht doch wahrscheinlich auch so ich dachte weil er große augen hat lukki lukki es dann würde er glücklich heißen lukki wird sich scheiße anhören lukki lukki wird sich scheiße anhören lukki lukki wird sich scheiße anhören lukki ich bin doch immer gut gelaunt ne du bist normal war voll der miese peter ich hasse dich ich bin immer fröhlich wie ein pfefferkuchen fährt ohne schuhen fährt nein pfefferkuchen ich nenne es pfefferkuchen in meiner welt heißt es pfefferkuchen und es ist dein ein hoher weil i got the most nukes in the game i like nukes versaut mir bitte nicht meine kleine welt die ich mir da zusammengebaut habe meine poney welt ist so geil meine poney welt wer krepiert hier gleich vor lachen meine poney ist so geil muss ich dir gleich mal einen link schicken pro player pick kim jong ung weil ich glaube dass der most nukes in the game ich hab noch nie gegen victor gespielt ich schwörs es dir alter er hat die er das erste korealische du bewegst dich auf ganz dünnem eis ich brauche ein bisschen geld aber nicht mehr bei den gps nein du bist der support du brauchst n scheißdreck ich bin nicht der support ich hab das doch vor dem game geklärt er schaut wie pro play oh der hat schon mal der hat schon mal schweres spiel gegen mich der victor dieser fiktor auch ich hab ich hab fiktor gesagt ich bin am lasso verkacken wie die sauber oh das video wird so voll gesperrt an alle im video spammt auf jeden fall den dempo voll machen die doch sowieso an alle die das video sehen ah jetzt jetzt passt jetzt passt das machen die doch sowieso schon wenn sie mein buy item bild sehen jetzt hat das raus wenn man im victor spiel mensch sag doch vorher bescheid ich hab ich doch ich will auf die laterne klicken nein die runde gelaufen ne 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 Nel youtube dos das ist ein es ne ne da ne das istnym also n stars Jetzt fühl ich mich aber voll abgewertet hier. Nennt ihn am besten Krumpel. Ach ja, Denbo, darf ich dir noch ne Frage stellen? Ja. Nein, da kommt nur Scheiße. Fokus, Crap. Riven. Was war das? Ähm. Will ich da reingehen? Hallo. Wiederhol mich ungern. Ich spiel nicht Support. Wieso hast du keinen Support gepickt? Ich hab keinen Support gepickt. Ich hab gesagt, das ist voll. Ich hab gesagt, dass ich voll AP spiel. Also am 50. Dann geh in die Mitte oder Top. Ja, nee, Mitte und Top ist ja belegt. Und ich will ja nichts spielen. Aber spiel halt einfach ein bisschen defensiver und Support ein bisschen. Dann passt es. Dann habt ihr beide was. Kannst ja im Late Game auf AP gehen. Hey, ich hab hier so nen Gegner gefunden. Wo? Merk schon. Ja, der Victor kommt vor der Achtung. Da kommt ein Trash. Der Victor kommt auch vorbei. Riven, wenn du immer noch aufkommst. Ach ne. Ich würde mich nicht drüben. Hör dir nicht, ich hab den Dragon gepolt. Alter, Lulu. Tut mir leid. Hier hab an den Dragon. Alter, Lulu, ich hab extra entzündet. Was ist los mit dir? Nein! Alter, fuck. Was ist los? Was denn ich? Das war mein letzter Schlag von dem Drachen. Du sollst nicht schlagen. Das war das. Die Riven hat mich voll kaputt gemacht. Das war mein letzter Schlag von dem Drachen, ja. Da kann ich nichts für, wenn da noch der letzte Lars ist. Ich hab Entzünden drauf, weißt? Und das war der letzte Schlag vom Drachen und noch deinen Schlag zusätzlich, oder? Erzähl mir nix, Mann. Ich hab ja auch nen Drachen. Boah, ich bin so Pro. Ich hab grad mein B und mein Flash. Failed. Und hier. Ey, warte mal. Bleib mal stehen. Ey, ey, ey. Willst du mich steiler machen? Ja. Okay. Ey, 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 Yannick. Kommt dieser eine Typ da mit seiner Freundin. Der, der, wo Comedans damals immer dabei war. Können wir rufgehen? Tobi und Amy. Ne, 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 ne. Der andere, der fast gar nicht mehr da war. Ich weiß nicht. Die einzigen, die mit Freundin kommen, ist, ähm, so ein neuer, den kennst wahrscheinlich nicht, der ist Nature. Power. Nature. Ja, wir haben viele neue Mitglieder bekommen. Meiner Meinung nach ein bisschen sehr viele. Ja, die küllt mich zwar auch noch, aber die stimmt auch. Raps ist gute Stimmung wieder auf dem TS, seit Comedans immer ist. Also du musst erst einspielen, ich habe einen Rapper, wir müssen ein bisschen aggressiv spielen. Aggressiv. Aggressiv? David and Ward. Es muss erst ein Spiel sterben, das im TS wieder Party ist. Ja, TS, äh, Comedans Amts Sektion wurde aufgelöst, komplett. Geil, endlich. Hallö. Das heißt, Heidi und Julia, die haben richtig Stress gemacht. Seitdem ich, seitdem ich, ja, Alex meine ich, kommt ja. Es scheint ein Fürst kein Big Pro zu sein, oder? Warum? Weiß nicht. Der kann nur nicht, der kann nur nicht mit Six umgehen. Oder so. Six. Was denn? Er will Blue geben. Ja, ich komme. Neh, dir das? Heimatdinger Pro Play. Du bist Heimatdinger. Du kannst nicht Pro sagen. Dankeschön, jetzt kann ich ihn endlich töten. Ja, da komme ich gleich denken. Aber eins kann ich zugeben, guten Damage hast du. Ich spiele ja auch Full-RP, also das ist keine Kunst. Ich bin nur am Lattdruck verkacken. Was geht denn hier? Vor uns nicht, was ich doofen jetzt. Nein! Sag doch, dass du kommst. Hab ich. Ja, aber dass du sofort jetzt da bist. Dass du jetzt, so, in diesem Moment kommst. Guck mal, Alter. Das würde mir jetzt echt Gedanken machen, wenn dir keiner... Komm in League of Legends. Hier hört nie jemand zu. Ach, flash der raus, der ruhig Sack. Ney! Ah, gehen wir doch nicht. Boah, den hol ich mir, den hol ich mir, den hol ich mir, den hol ich mir, oh. Oder ich hol ihn mir. Ich wollte grad, ich wollte grad silencen. Ich wollte da jetzt grad zu herkommen, wenn du mit einem Auto-Attack, ähm... Oh, wie du noch eingerannt bist! Nein! Ich komm zu nicht. Wie du gedacht vor... Wie du gedacht vor... Verstehst du meine Variante zu spielen? Ich geb den Kills, damit ich auch eine Herausforderung hab. Ich würde mich erlangweilen. Den kann ich dir auch die Last-Tits klauen, das ist genauso eine Herausforderung. Die Gegner haben keinen... Und die Gegner haben dann keine guten Stats. So, Player Pick Kim Jong... Riven Spiel. Ist das immer so, dass der Tower Support den Turm fokussiert von Halma? Ja. Ich bleibe aber nicht. Riven wieder da. Wer ist eigentlich... Wer? Jenny ist nie da, richtig? Ja. Ja. Dir wohl mal den Speer nicht drückst. Ja komm, das fällt treffig ganz gut, aber dafür kann ich nicht aufzudrücken. Und wer ist Mitte? Der Marco, hallo? Achso, nein, nicht Mitte, ähm... Ja. Jungler. Ich. Hallo. Der Luki. Der mit den großen Augen. Ja, dem keiner zuhört. Und deswegen nennen wir dich auch Luki. Wir sehen dir nur zu. Wir sehen dich. Hey! Hihihi! Oh, du Tier. Ich mag Luki. Was, Sex mit Tieren? Auch, ja. So ab und zu mal. Nimm dir überhaupt mal die Laterne, der Grace? Hopp, hopp! Er hat schon wieder ne Q von mir gefressen. Ich weiß. Ich hab sogar gepägt. Warte, ich stand mir komplett nach vorne und dann mit du in mir Klaus. Aber auch Killed und Zweite, wenn du sie jetzt angeht. Alter. Double Steel. Nicht so wie mit dem, äh, Imba Owns zu gestern. Stopp! Mit dem Tentasil. Ah, fass! Nein! Verdammte Scheiße! Nein! Ich leg mich auch. Ich sag, ey... Marco, ich sag nur gestern, Imba Owns zu... Äh, Base, ADC. Entschuldigung. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Ich hätt grad'n... Einfachen Double Kill gehabt, aber nein, ich war zu killgeil, weiss? Ich war einfach nur zu geil. Geil? Ja. Geil. Ja, ich war geil. Ich war grad geil, ja. Ist ganz geil. Oh no! Oh, beste Ult. Von wie... Wie ich mehr Schaden mit Support? Ich hab alle... Ja, dieser Moment, dann ist sofort mehr Schaden. Ach, süß. Oh... Wer ist ausgeteilt. Ich nicht. Geh weg von meinem Turm. Gankige Verliss. Ich hab nicht mehr genug Mana für mein Ult. Lull. Dragon. Dragon. Ja, okay. Dragon. Calling Mr. Waiter. Ah, die Dings, die Jenny ist raus. Oh, die Jenny. Die wichtigste Frau hier am... Die einzige Frau. Ja, sag ich doch, die wichtigste. Oh Marco, du bist doch die wichtigste Frau. Ach, komm. Der wichtigste Frau. Hahaha. Genau. Grace's AFK, pusht mal bitte nicht Bot. Bot pushen, los! Ja, pusht so schnell ihr könnt. Gomme! Dann dürft ihr nicht weggehen, ey. Gomme, grad fahr ich geil und erst komm ich. Ähm. Na, na. Willst du mir alle... Alle, wo du Gott exemplo suchst. Und Leute. Das ist aber nicht die feine englische. Oh, was hat'm der da ran gezeugen? Tut hier. Da kommt Nerds. Nerds. Nacht. Fire in the hole. Motherfucker. Ha, ich Colombi. Hä, aber er müsste KimľOM um nicht am meisten Six mögen? wieder stört wieder stört nicht du Arschloch du er hat die Dinger ist der nuker Mann ist denn nicht gestorben, das gibt's doch nicht nee mein lol hat gelackt ja wieso Fokus ist nicht der Mondwert ist jetzt eiskalt dich und was wird denn dir lustiger gewesen ja Dankeschön du hast mich gerettet ich krieg ja schon Hate von den Yannick Fanboys Fangirls ja von den ganzen Fangirls ich weiß also von seiner Mutter seine Mutter wird dann wieder ganz böse Kommentare schreiben das darfst du nicht sagen das Wort Mutter ist in meinem Let's Play verboten wieso ich weiß nicht ja weil da muss immer Mutter wird so ein Freund reden hier über ihr Sexleben oder so aber das Wort Mutter ist verboten hey Alter hast du Mutter gesagt oder was und du go wenn du sagst einfach Mutter ist ohne recht zu sagen aber Riven kannst du mal stillstehen ich kann ich da mit meinem Schwer nicht anstehen keine Fresse das kann die Chance geben mein Turid äh klaut dir die Lastits verboten kommen soll ein Turid im Schwer nicht um Lastits zu klauen wie so ein Pole so ein Aals ist das Wort Pole in deinem Let's Play auch verboten ne das ist es erlaubt hau raus die Scheiße Pole hau nur alle Rast okay was macht ein Pole auf dem Eis einbrechen hau 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 Entschuldigung der war schlecht die kommt so richtig flach ja der war ziemlich schlecht so richtig flach so richtig flach der kürzeste Polenwitz ein Pole bei der Arbeit hau 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 was ist ein Pole mit zwei gebrochenen Armen eine Vertrauensperson eine Vertrauensperson oder Arbe oder arbeitsunfähig ja ich bin dabei kill mich kill mich heimerdinger soll hier was töten wo gibt es denn sowas ja nein ich schwöre die kill mich ich schwöre die kill mich und dann und dann ich hab Niederfalle ja beste Bombe machen ey ich hab bestesere Special Effects als du ja ey warum hat die da nicht kill ja weil ich Niederfalle hatte man sorry ey da hab ich hier mein Heimerdinger Spiel gezeigt oh das ist Victor ha ha Marco wie geil war der denn was wie geil war der denn was für KS ich hab den ganzen Damage gemacht was willst du Junge vor allem ich geh rein eh du und auf einmal Marco den ganzen Damage hat Nieder gemacht hat doch jeder gesehen Fette Niederlie da hol sie dir äh ihn S ich hab Ult ähm der Victor fühlt sich im Mitleiden ziemlich wohl ja hab ich jetzt auch den ganzen Tag ey was ist das Lulu was denn glaub der Victor kommt glaub der Victor kommt auch dieser kommt gegen drei Leute komm komm Victor komm komm Victor komm 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 er ist top komm Victor ho ey Patsa ey pass auf jetzt das wär so geil wenn ich alle hochschmeissen könnte nicht nur mich selbst ney ey her ok weg ihr müsst das denken ich hab weder wenn er hat mit der uns kriegt dann sind wir tot oder war es aber der richter soll ich mir einen kleinen spaß erlauben ich mache man war das spaß ich bin mega spaß ultra der special effect war spaß für die ganz kommen die bombe ist gerade über den rüber gesprungen ich bin da er schrubbt sich gerade so richtig ein ich habe immer noch der ich war immer noch kommt schon jetzt war doch einfach mal in deinen sperr rein das kann doch nicht so schwer sein in deinen sperr ey die flachwitze hier flachwitze ohne limit wenn du bist am start also daher liegt man da wie du halt in den laser rein rennst auch du maschine du maschine wir müssen ja da rein rennen dass die gegner denken die sind schlecht das denken nicht nur das ist tatsache hallo heimerdinger 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 du best greift nein doppel ich bin dafür gestorben hier ich hab einen körper heimerdinger ist tot heimerdinger warum mit dir ich habe doppelwaffe heimer medic dazu würde jetzt so richtig geil daftpunk passen da habe ich doch gerade jemanden gesehen ey was macht der da er hatte irgendeine anal kette alter lulu du könntest mal hilse auf top den wir brauchen jetzt bleibt doch mal ruhig bleib einfach unter den tower und fertig ja die hat mich vor uns unter den tower gekillt ja ich bin wieder tat ich tete sie kurz gefilte der support support carry hat das nicht mal geteilt hat das spielst du eigentlich du spielst gegen riven ad rp das geht ja gar nicht wunderst du hast du hat monty das nicht mal gemeint ähm port carry port carry hilfer achtung victor kommt boah da hab ich sie gebürstet da hab ich sie ich hab dir genuht man ich hab dir genuht ein maler machen oder kommen wir sind du leckst gerne der hobby ich sag doch zu klettern viel zu viel über ihr sexleben tristana macht keinen scheiß das ist hailo was für macht keinen scheiß sah grad voll böse aus irgendwie dann doch nicht schau interessant hast du wegen mir gefiltert weil ich so gute ganks gemacht habe ja alles fein ja er pusht jawohl er pusht dann töte ihn wenigstens hab ich aber keinen mal mehr ey wieso soll ich das denken komm doch zu mir LULO komm ich an die wand und schneller machen danke LULO das erste mal dass ich wirklich danke ich hab extra geflasht ich hab alles raus was ich kann überleb Heimer ja ich danke es dir ich danke es dir yeah und du hast es auch noch gekriegt ich hab es das Mitte der Heimer ist gut ach komm schon oh hier sieben Sekunden sieben Sekunden ich will was abstauen da war wieder der Speer von der Jenny ja der ist so schön der die das der hätte einfach nur in den Weiden laufen müssen steck sie in den Mund du bist so ein Tier du hast auch deinen Spaß ne ha du hast heute auch deinen Spaß ja ja man darf ich nicht heute ist mal ausnahmsweise eine Frage hat er mich wirklich sehr Alter ich bin echt zu blöd für den Skill ja ich auch verhau grad wieder alle meine Sperre ich glaub ich geh mal weg nee 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 machen sie da alles ist gut du bist LULO Einhörner machen nee weißt du nicht deswegen mach ich die ganze Zeit nee wenn ich weglaufe Sendo bleibt doch mal stehen hey wuuu oh Heimerdinger hätte den hier rausgebraucht Sport braucht Farben Och man da wollt man mal was kaisen und dann ist das wieder nicht dann ist die Tristan einfach zu gut ich weiß ja wohl wahr wohl wahr ja das liegt an ihrem High End Supporter na mensch was macht der da Der High End Supporter der eh den Farben klauen wollte klaut das ja ich hab nen Kill du deklinierst ein bisschen aber du hast nen Red ey das war mein Red ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht Entschuldigung das ist der Heimerdinger der braucht den Red ganz dringend wir haben aufgegeben Och schön GG zweites mal SIX SIX gesonnen ähm gewonnen yeah mal wieder ja eins spielen wir noch eins spielen wir noch oder Jenny ja da bin ich aber leider nicht dabei ich auch nicht frage 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 ja also viel spaß und so ne und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder tschüss tschüss ja user disconnect nach nach